Hier ist eine Batterie, schau, siehst du das? Irgendwas hält sie jetzt noch rein zu mir. Ich flieg nicht beim ersten Mal mit, oder? Ja sicher! Steig ein! Steig ein, Mate, los! Bist du drinnen? Ja, bin drinnen. Du kannst jetzt da auch wieder landen dann. Uff! 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 Oh, einer sicher kann er landen, oder? Ja, aber ich muss nach hinten ziehen! So, wotan! So! Uff! 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 Okay! 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 Ich glaub... Der Steuerknüppel aus Holz ist... Geil! Das ist einfach nur so ein Rollenstock! Schaut aus wie irgendwas, das du im Wald finden würdest! Nein, wenn der Alex hüpft dort auf und ab, dann werden wir jetzt landen! Ja, genau! Dann müssen wir jetzt landen! Boah, aber er geht urdurch! Uuh! Wir haben nicht deinen unteren Stock! Nein! Nein! Ey, joh, shit. Nope, 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 nope.